Mein Lieblingsstück von ganzer Kollektion ist overall Jumpsuit. Ich trage jetzt meinen schwarz und ich mag ihn sehr. Er kommt noch in blau, rot, grau oder beige und die Materialien sind alle sehr weich und angenehm zu tragen und leicht zu kombinieren. Zum Beispiel, heute kombiniere ich meine mit einer Lieblingslederjacke in die Boots rein. Und wenn du ein bad hair day hast, hast du deine Hände an, Baby. Das ist es. Bye!